Bad Säckingen Am Dienstag, den 10. November 2021, rückte kurz vor 21 Uhr die Feuerwehr Bad Säckingen in den Hebelweg aus. Laut Polizei ist ein Mülleimer in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte mit einem Handlöschgerät den Brand und rückte anschließend wieder von der Einsatzstelle ab. Die Ursache des Brandes ist nicht bekannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017